Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare Part 6. Wir müssen immer noch den Transporter aufhalten. Aber hier sind überall Feinde. Oh, der Verkehr macht das Ganze natürlich. Oh, boah. Ja, wir können nicht auf die andere Seite. Warte mal. Ja, ist ja gut. Geh doch selber rüber. Der hat wohl nicht mitgekriegt, dass da ein paar Gegner sind. Vielleicht. Ich treffe die gar nicht mit dem Ding hier. Lauf. Okay, so geht's auch. Boah, hier sind überall welche. Ja, nervt nicht. Hahaha, da zappelt er rum. Boah. Oh, da kommt ein Hund. Sie truck nähert sich der Position. Verstanden, Prophet. Mitchell, zu mir. Ja. Alles klar, was machen wir? Der Truck müsste jetzt zu sehen sein. Wo? Kommt. Keine freie Schussbahn. Scheißdorf. Bringen wir es hinter uns. Spring. Jo, 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 jo. Okay, jetzt geht's aber richtig ab hier. Schalte die Geländewagen aus. Okay, auf die Reifen würde ich am besten mal sagen, oder? Geh dir. Wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Ich muss nur den Fahrer treffen. Warte, warte, warte. Hab ihn. Oh. Junge, Junge, Junge. Boah, verdammt. Okay, das haben wir nicht geschafft. Was war jetzt? Hallo? Ach, Mann, das gibt's doch nicht. Bin ich ja fast runtergefallen. Nein. Ja, ich bin runtergefallen vom Bus. Ich hatte wahrscheinlich kein gültiges Ticket. Erfolge Ziel nach Süden. Organisiere dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir. Einen fahrbaren Untersatz organisieren. Okay, was denn? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wo soll ich denn hier in Deckung gehen? Ich leb noch? Ich leb noch? Oder bin ich tot? Ei. Gideon, wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Erfolge Ziel nach Süden. Organisiere dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir. Roger. Ja, was heißt da? Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Gideon, wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Erfolge Ziel nach Süden. Organisiere dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir. Roger. Stürb. Oh, jetzt gar nicht hier runterfallen. Wow. In der Nähe bleiben. Nein. Oh, Mann. Ah, verdammt, keine Munition mehr. Ach, das gibt's doch nicht. Naja, zumindest können wir hier wieder anfangen. Oh nein, nachladen. Okay, ich muss ihn schneller erwischen, ey. Bringt alles nix. Wir können uns einen Overdrive hier irgendwie nicht aktivieren. Boah, haha, ich hab mir ein Auto. Was? Okay, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht. Verdammt. Ja, gut, dann nochmal. Wir haben ja Zeit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das wird knapp, das wird wieder knapp, das wird ultra knapp. Das war zu knapp, ja. Okay, nochmal. Das war besser. Na, komm schon, hoch da. Oder drauf. Ja. Oh, das tut weh, das tut weh. Oh, komm schon drüber. Hab ich? Nein, ich hab's natürlich nicht geschafft. Ah. Oh nein, nicht schon wieder von da an. Nein, 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 nein. Okay. Das kriegen wir noch in dieser Folge hin. Das kriegen wir noch hin. Keine Panik. Auf dem Bus. Ja, 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 ja. Okay, und gleich nochmal. Guck mal, der hat doch schon Platten. Und jetzt holen wir ihn da raus. Okay, gleich müssen wir wieder rüberspringen. Und zwar jetzt. Wow. Ja. Keine Munition. Noch besser. Hab ich einen erwischt? Okay, das ist gut. Wow. Jetzt springen! Truck auf 12 Uhr! Springen! Ja. X gedrückt! Ach du meine Güte. Boah. Okay, ich glaub das war's. Das war's. Hoffentlich. Äh. Boah. Huh. Ach du Scheiße. Oh oh. Wir versuchen den zu retten. Komm schon, mach die Tür auf. Wo ist er? Haben wir ihn erwischt? Okay, dann können wir wieder auftauchen. Wie kann ich denn schneller schwimmen? Ach, Ziel ist erfüllt. Perfekt. Hey! Nicht schlafen. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Ach, bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Gar nicht übel, Mitchell. Ha. Kein Ding. Einen neuen Erfolg. Okay, wir haben drei Punkte. Dann können wir die auch verwenden. So, was haben wir denn hier? Ah, Widerstand. Da, 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 da. Sollen wir sprinten, finde ich jetzt, ist noch nicht so wichtig. Aber wir könnten die Exo-Fähigkeiten steigern. Und nochmal den Rückstoß reduzieren. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier Schluss. Einen Cut in dieser Folge. Dann können wir nämlich direkt in der nächsten Folge mit der nächsten Mission starten. Sage vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt. Oder wenn ihr vielleicht auch mal Multiplayer sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare. Das lässt sich bestimmt auch einrichten. Vielen Dank. Und bis zur nächsten Folge. Euer NoDashPro. Ciao, Leute.